Wenn natürlich ein Treffer das Spiel einfacher machen würde, Obermeyan, klasse Schlenzer und da ist er, 1 zu 0. Wird da komplett alleingelassen, 20 Meter vor dem Kasten und hat dann die Schusstechnik um den Ball so halb reinzuschnibbeln über Bezo Tosny hinweg, der da keine Chance hat. Weil der schlicht und ergreifend perfekt passt. Überragendes Ding vom Gabuna.